So, wir waren gerade dabei, wo der Dekobaum uns zugelabert hat. Ach ja, und deswegen werde ich jetzt wieder alleine weiterzocken. Moment mal, was riecht denn hier so komisch? Robin! Hä? Wieso riecht ich hier so komisch, Mann? Robin ist da! Jetzt stellst du dir gar nicht stinken, oder? Bist du im Arsch? Nein, du hast schon entfahren gelassen. Ich hab ja auch entfahren gelassen. Na klar. Okay, guck mal, Robin, wir müssen jetzt die Prozessin suchen. Also Prozessin, achso. Also Dekobaum hast du ja schon durchgerockt, ne? Ja. Ja, ich denke, du guckst meine Videos. Na klar, hab ich doch gesehen, Mann. Ja, gut. Die sind ganz schnell, der Platty macht das Ding. Die komische, eklige Spinne da, mit diesem ekligen Auge. Ja, jetzt kriegen wir einen, den einen von drei Kristallen. Und ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Robby, kannst du mal die Uhr holen? Wann haben wir angefangen? Gut, da ist der Kokiri-Smaragd. Das Zeichen ist auch auf dem Schild drauf. 38. 38, na, sagen wir, haben wir 36 angefangen, oder? Nee, das sind doch niemals drei Minuten. Naja, 37 denn. Also bei den nächsten 7 hören wir auf zu filmen, okay? Bei 38, okay. Also bei, ja, okay, bei 7. Gut. Komm, die Zuko fliegt in meinen Händen. Und Navi soll mir helfen. Sonst tot. Oh, jetzt stirbt der Dekobaum. Ich ersuche dich, Navi. So lebt... denn... wohl... Er ist tot. Die letzten Bettafallin da runter. Ja, und er verkorkt übelst eklig. Was war denn mal? Warte, wer hat er gehört? Man soll irgendwie ganz komisch... äh, wenn man groß ist, äh, irgendwie hinter dem Dekobaum irgendwie etliche viele, äh... die waren nicht so... Ach, so ein Quatsch, man. Früher er hast du auf www.cheats.de oder so, da hast du auch so ein Gerücht, dass hinter dem Dekobaum ein Dueser auf einwartet. Genau. Irgendwie, da muss das irgendwie ganz komisch Lieder spielen, oder so, und dann kommt es im Gang, und dann kriegst du nochmal 20 Extra-Järzen oder so. Das war ja Quatsch. Naja, egal. Leb wohl, weißer Dekobaum. Er ist tot und hat Haarausfall. Egal. Robby, was machst du hier? Ich wollte schön alleine spielen, auf einmal... Oh. Was sagt Niemand? Hey Marcel, was hast du getan? Der Dekobaum... Äh, ist der tot? Wie konntest du das nur tun? Äh, ich wartet nicht, Alter. Dann könnt ihr mal sehen. Marcel mag mich gar nicht mehr. Klar mag ich dich, Robby. Ich war bloß ein bisschen überrascht. Ach so. So. Also, wir waren nach nächstags Dorf. Okay, Robby? Bist du bereit? Alles klar. Wir gehen zu Zelda. Dann mach mal, guck mal Zelda an. Hör ich das wieder, das wieder ab hier ist da. Hör wieso? Robby ist einer, der kann bei schönen Frauen nicht stillhalten. Genau wie der Typ hier. Oh, guck mal, er ist fertig. Er ist fertig. Er hat... Er ist fertig. Oh mein Gott, guck dir diesen weiten Stein an. Ist ja eklig. Ja, ja, ja. Egal. So, wir verlassen jetzt das Dorf. Auf jeden. Schau, was hier... Was los ist da draußen? Jetzt kommt doch die Ene da, ne? Die Eule kommt erst mal. Ach ja, nee, erst mal kommt die hier. Genau. Ja, da bin ich besser informiert als du. Was, was denn? Oh, verlesst uns. Hä? Oh, jetzt, die hat grüne Haare. Komisch. Bei Majoras Mars haben sie alle rote Haare und hier haben sie grüne Haare. Na, nicht alle. Nicht alle, ich weiß, aber die meisten haben auch blonde Haare, ne? Also, hier ein paar mehr, ja. Guck mal, sie hat gewusst, dass wir den Wald irgendwann verlassen wollen und deswegen, weil sie niemals die Geschlechtsreife erlangen wird, weil Bukiri ja nicht altern. Kukiris bleiben immer Kinder. Die Geschlechtsreife. Naja, was denn? Na, jetzt kriegen wir die Feen-Ocarina. Aber wieso bleiben die denn jung? Wann sind Kukiris? Keine Ahnung. Dann kannst du dich genauso fragen, warum bei Star Wars die Wookis immer haarig bleiben. Oder ne, diese, 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 diese anderen Typen da, diese kleinen Bären da. Wer waren denn nochmal? Na, egal. Bären? Mann, die auf dem Planeten da, im letzten Teil, die sind die Typen da, die sind die Plyschasen da. Ne, wir waren denn da so, die Ewoks. Ewoks, genau. Ja, die sind da auch immer klein und fett. Nö, naja, die sind auch Ewoks. Gerade, wir sind ja bei Zelda. Das sind quasi ganz normale Tiere. Ja, das sind die Ego-Giri, das ist auch ganz normale Tiere. Das sind die Ego-Giri. Ja, das sind die Ego-Giri, das sind die Ego-Giri. So, jetzt, guck mal, Link ist jetzt voll der Held. Und haut ohne ein Wort zu sagen, wie man es von ihm gewohnt ist, haut er einfach ab. Weil er überhaupt nicht sprechen kann, meine Männer. Oder was, Herr, der kann ja bloß vorher erzählen, oder so sagen. Er kann sprechen, bloß er macht es nicht. Er bloß keinen Bock zu sprechen. Er bloß keinen Bock zu sprechen, okay, alles klar. So, Rob, jetzt sind wir hier in der hajulianischen Stöppe. So, jetzt kommt doch hier der Doppelface, oder nicht? Doppelface, genau, die Eule Doppelface. Der sich über das Gedicht brechen kann. Das ist bei Eulen so, Rob, du hast überhaupt keine allgemeinen Bildung, oder? Doch, Mann. Na gut. Wie spät haben wir das? Sind wir schon wieder bei der nächsten Sieben angekommen? Äh, vier Minuten haben wir noch. Vier Minuten haben wir noch, geil. Geil. So, auf geht's, hier einmal, wir sind so cool, Mann. Wir sind so cool, wir wollen zur Prinzessin. Dopp, da. Äh. Ah, hier, Doppelface. Sei willkommen, du bist bereit, muss helfen. Ähm. Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, mal einen Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Ganz ehrlich, das Spiel ist ein kompletter Spaziergang. Stimmt's, Rob? Ja, also, man, das passt schon, das ist schon toll, ne? Hast du alles verstanden? So. Wo sei es dann? Tschüss, Mann. Na, warum macht der Knacks? Ah, nee, die machen noch eine Knacks. Na, noch welche. Ihh, hat noch viel aufgeschissen. Die soll erwischt. So. Hey, da ist mein Glück, wenn man vom Vögel angeschissen wird, oder? Ja, wenn man vom Vögel angeschissen wird, wird es Glück bringen. So. Was zum... Ach so, stimmt, ey, so ist das schneller, ne? Ja, wenn ich rückwärtsrenne bin ich schneller und ich hab keinen Bock, dass es nacht wird. Wie willst du eigentlich durchzocken, mit drei Herzen wieder, oder? Das siehst du doch. Kaffeebus drei Herzen. Ach so, stimmt, hättest du ja schon, oder? Dann hätte ich schon vier. Stimmt. Na. Das ist auch Marcel. Klar, kann ich auch rückwärts-seiters machen. Okay, mach mal. Jetzt? Jetzt. Nein, das mach ich jetzt nicht. Oh doch, du tust es. Nein. Du tust es. Moment, jetzt mal. Mann, nein. Ich will ja noch nicht rein, ich will ja erst mal Geld haben. So, man soll ich mir jetzt natürlich hier erst mal fahrschlummig, wie ich hochfahre. Ach ja. Ach so, da muss ich jetzt in der Antiflirubin, ne? Ja, ja. Da kann man schon nie meckern. So, und... Zack. Gut, die Tür ist zu, damit nachts keine Monster reinkommen. Eins, zwei... Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Das war klar. Und rein in die Stadt. Äh, bist du die Falle. So. Boah, alter. Wenn soll ich ja alles Skulptis holen, wie mir einer einen Kommentar geschrieben hat, dann hole ich doch mal alles Skulptur, das dabei. Oh mein Gott, was macht der denn? Oh mein Gott, was macht der denn? Ich glaube, das Skulptur, das sind alle 100 immer gekämpft. Genau. Schnitt! Das kann aber ein kleines Problem, wenn die alle sohlen. Obwohl, ne, wenn ich da schon geschickt vorgehe, dann, dann schaffe ich das auch. Weiß du nur noch alle 100? Ja, klar. Äh, was für ne Frage brauchst du? Ja. So. Mal schauen, wie ich zeig hier. Ja, noch ne ganz. Ah, liebes Paar hier. Oh, und die... Oh, und die... Oh, und die... Ah, nee. Marlon. Marlon, ne. Marlon ist aus Link's Awakening, du Trottel. Oh, aus Link's Awakening, ja, boah! Ja, Mann. So. Woher kommst du denn? Oh, du bist ein Fehnjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Mein Vater gehört die London Farm. Hm. Also, der Besoffene, der noch umgeht, ne? Der ist doch nicht besoffen. Er ist einfach nur fett. Der muss ausnüchtern. Ja. War ja ein paar eisenächte mit der... Naja, egal. Nein, er wollte bloß Milch liefern und hat's nicht gecheckt. So, schaffen wir noch die Eulern zu labern oder ist schon wieder Schicht im Schacht hier? Nö, nö, nö. Schaut mal noch den Eick. Na gut. Schuchu, guck mal, doppelknacks. Oh, doppelface. Oh, doppelface, ja, da war richtig. So, die Prozesse befinden sich im Schloss. Aber ich würde nicht raten, eine Nacht zu reinzugehen, weil sie dann nackt ist. Knack. Äh, knacks. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Eisnerin zu übersetzen, auch gerade. Okay, okay, dann sehen wir uns im nächsten Paar wieder. Bist du immer noch da? Na klar, ich bin ja bis zum Ende des Spiels da, so muss ich sagen. Verdammt. Bis dann. Ciao. Oh, okay, okay.